Musik 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 Sonnummer hier? Nacht in 150 Jahre. Musik 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 Das ist schön für zwölf Mäuse am Binnen hier. Leiter bis 40 gedrückt und dann einmal Kartenrisiko. So sind die 150 entstanden. Kartenrisiko Mega, wir müssen ja eine Stunde zählen hier, naja, wollen uns ja nicht beschweren. Ja, sehr gut bezahlt, dann mache ich wieder Stopp Leute, erst wenn die Spiele kommen oder was? So Leute, auf 60, steht immer kontinuierlich eine Stufe nach oben. Komm jetzt. Das ist am Gajan hier. Miese Krise. Na ja, Leute, bis gleich. Miese Krise ist nochmal auf 60 reingekommen, weil ich gerade die anderen Geräte am Laden war. Ja, aber ja gut. Aha. Freispiele Magic Mirror. Das sieht nach klassisch im Fehlstaft aus hier. Magic Mirror hat A aufgemacht. Kaum für länger auch. Oh, zweimal voll, oder was? Ja. Ein bisschen nebenbei, so. Das sieht auch nach einer Todgeburt aus. 16 Uhr, können wir schon mal eine dicke Party von machen. 18 Cent. Schauen wir mal, Leute. Warum bin ich die auch dabei? Sieht schon scheiße aus. Muss jetzt genau kommen. Ich hab das schon wieder vergessen, Mann. Danke dir. Keinen Meter. Ui, 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 ui. Ja, Leute, war gerade eine Rauchenruhe weiterlaufen lassen. Das sieht nicht gut aus. Eine Runde, die man sich auch sparen kann. Nicht gut. Große Scheiße. Na, Leute. Mir geht es weiter auf 1 Euro. Gucken, ob hier was passiert. Aber ich bin hier in der ganzen Halle wieder. Gas geben, wie so ein Kranker. Ja, gut, der ist schon tot. Der ist tot. Hab ich jetzt geladen. Bisschen zu piki. Lass mal für alles nebenbei laufen. Sollte irgendwas passieren. Sind wir direkt am Start. Vielleicht kommen wir direkt rein. Schön wärs. Oh, da sind wir drin. 1 Euro. Hier noch. Hier. Muss mal alles laufen. Die Scheiße. Wollen wir mal zu den 1 Euro spielen. Gucken wir uns den Dreck mal an, ja. Warum machen wir einen schönen Start jetzt? Okay. Boah, für eine Längerung. Korrekt. Jetzt sind wir mal gespannt. Sehr gut. Ja, da müssen wir jetzt natürlich dann vorbei. Das ist wieder typische Mistkäfer. Komm, Junge, halt dich nicht auf, der Mann. Komm. Guck dir da rein. Kriegst du so eine Flatsche hier ab. 70er oder? Ja, 60er. Okay. Komm, Mann. Gib doch die Witzfigur, ey. Was soll das, Mann. Aber da noch einen rein. Jetzt wird natürlich auch noch schön rasiert. Aber ja, gut. 13 Spiele. Komm jetzt. Wings zum nächsten Zeichen, wäre natürlich noch geil. Das ist so schön mit Verlängerung. Er rasiert dir den Arsch hier. Reine Fresse. Nicht zum Reinhauen, Mann. Ja. Wenigstens. Wenigstens das. Naja. Er hätte besser laufen können, hätte auch schlechter laufen können. Bis gleich, Leute. Ja, Leute. Ja, Leute. Gerade Pause hat schon wieder gut reingepfiffen. Kurz Fazit. Gucken wir mal, was nach der Pause abgeht. Ja, hier immer noch Pause. Ein bisschen autodoof halt. Da kommt ein Fortbrief. Ja, klar mit so einem Kacke. Ein Big Ten für 3 Euro oder was. Das macht schon lächerlich. Wird sowieso gedrückt. Da kommt um die Typen da rein, mit denen den mal länger. Ja. Mieser Uni. Ja, 1,50 runtergestellt. Sag mal, komm. Ich wollte hier bei 200 auf Crystal Ball gehen. 1,50 2 Euro. Ja, schauen wir mal. Hätte er noch gefressen jetzt. Oh. Ich dachte, wenn das nicht schon die Hauptbezahlung ist. Die 45 Euro oder das. 48. Okay. Mach doch mal direkt 2 oder was. Ja, meine Fassade. Schrott. 2 Euro. Miese Scheiße. 2 Euro. Ach, nein. So, mein Haus hier. 2 Euro. Ja, Leute. Was soll man in so einem Fall machen? Die Kiste kurz und klein rappeln hier? Ja, oder? Puh. Den kannst du ja doch am Arsch decken, Mann. So ein Witz. Tja, klar hätte er den wenigstens noch geben können. Ein paar Euro ist da gewesen, Mann. 16 Euro auf 2 Euro. Ja, Leute. Lass mal Crystal Ball jetzt hier laufen. 1,50. Ja, wenn Spiele kommen, seid ihr dabei. Wenn nicht, dann nicht. Was soll ich machen? Hopprotopp. Wir haben nebenbei mal eine Kiste für Roulette geladen. Auf dem Ball habe ich noch 150 Euro drauf. Mal gucken wir jetzt gleich, was da abgeht. Die andere Station, die große mit 10 Geräten Roulette, kommt. Keine Sorge. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. So, wie gesagt, 150 Euro drauf. Ich guck mal, was ich hier machen kann. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, da kommt ein blauer Amulett. Oh. Ach ja. Schwache Dose hier. Echt. Ich guck dir da dann 15 Euro, Alter. Ich guck dir da dann 15 Euro, Alter. Ich guck dir da. Witz. Mal angasen, guck mal ob hier was kommt. Das ist eigentlich auch immer so ein Spiel gewesen. Es ging eigentlich tausendmal rein. Aber mittlerweile ist das auch so eine Totgeburt. Unglaublich. Noch ein bisschen. Ich guck mich, wenn du da und dauerkbar ist. Ich guck mich, wenn du da ausfälligst. So ist es so ein Trailer. Ich guck dir da, wenn du da ausfälligst. Coz und gerust located. Nichts. Das ist dick. Es sch 쉽. Eigenhause. So. Das ist das. Dies ist. Ich guck für die Hand. Witz. Ich gucke. Witz. Jus. Mensch. Wo ich mal immer kommen kann, das Schwein. Einen letzten Pfuffi, glaube ich, spielen wir mal ein bisschen Fancy Fruits oder was, keine Ahnung. Den lassen wir dann mal auf Früchte durchrollen, vielleicht hat der da noch ein Bildchen drin oder nicht. Hier ist er auch Totentanz angesagt. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich traue dich ja nicht mal 25-40. Tote Leiter. 15 ist eine Station. Ja Leute, abonnieren nicht vergessen. Kommentieren, Like jeden. Ganz wichtig, Glocke aktivieren. Glocke, die will an meine Frisse. In diesem Sinne Leute, haut rein. Das ist eine Station. Das ist eine Station.